Kennst du das auch? Das Eisenhower-Prinzip hilft dir, dein Zeitmanagement zu optimieren und nie den Überblick über deine Projekte und Aufgaben zu verlieren. Und das geht so. Deine gesamten Aufgaben kannst du wie folgt einteilen. Ist die Aufgabe dringlich, aber nicht wichtig? Ist sie dringlich und wichtig? Ist sie nicht dringlich, aber wichtig? Oder ist sie nicht dringlich und auch nicht wichtig? Beurteile deine Aufgaben nach diesem Schema und unterteile diese dann in eins der vier Quadranten der Eisenhower-Matrix. Verinnerliche dir dieses Prinzip. Wenn du es geschafft hast, all deine Aufgaben zu unterteilen, gehst du jeweils folgendermaßen vor. Beispiel Heute hat Annabels Team Küchendienst und der Geschirrspüler müsste dringend ausgeräumt werden. Dringlich, aber nicht wichtig. Diese Aufgaben delegierst du weiter. Das heißt, eine deiner Teamkollegen kann sich zeitnah um diese Aufgabe kümmern. Entscheide, wer am besten für diese Aufgabe geeignet ist oder wer gerade Kapazitäten frei hat. Beispiel Ein Kunde braucht bis morgen Vormittag eine überarbeitete Präsentation. Dringlich und wichtig. Diese Aufgaben erledigst du am besten sofort und zwar selbstständig. Beispiel Ein Kunde hat Annabelle gebeten, ein Angebot für eine Mitarbeiterschulung zu schreiben, die in den nächsten Monaten stattfinden soll. Nicht dringlich, aber wichtig. Diese Aufgabe muss zwar nicht sofort erledigt werden, trotzdem darfst du sie aufgrund der Wichtigkeit nicht aus den Augen verlieren. Check deinen Terminkalender und schaue, wann sich diese Aufgabe zeitlich gut erledigen lässt. Beispiel Der Teamschrank in Annabelles Büro ist mit der Zeit ganz schön voll geworden. Wahrscheinlich können da einige Unterlagen aussortiert werden. Nicht dringlich und nicht wichtig. Diese Aufgabe kann erst einmal beiseite gelegt werden. Vielleicht machst du dir eine kleine Notiz oder du legst dir eine Aufgabenliste an, in die du alles legst, was du erledigen kannst, wenn du Kapper hast. Und was bringt dir das Ganze? Hoffentlich eine Menge. Das Eisenhauer-Prinzip ist eine einfache Entscheidungshilfe für dich und dein Team. Es ermöglicht dir eine korrekte Gewichtung anstehender Aufgaben und Projekte. Sogenannte Zeitfresser werden herausgefiltert und dir und deinem Team gelingt eine sehr effiziente Aufgabenerledigung. Was den Stressfaktor im Team verringert und die Aufgaben optimal an alle verteilt. Probier's mal aus!